So, wie heißt du? Seon. Was für ein Anspruch bist du? Du warst vorher Christen. Ich bin gefolgt worden, ja. Aber ich bin aus der Kirche ausgetreten. Meine erste Bildung ist eigentlich auch zu der Religion. Hat dich jemand jetzt zu diesem Moment, zu dieser Religion gezwungen? Nein, aber mein Freund hat mir dabei gehört. Sehr gut. Was hat dich gezogen in dieser Religion? Diese Bindung zu Allah, das gibt es in keiner anderen Religion. Ich bezeuge, es gibt keinen anbetungswürdigen Gott. Es gibt keinen anbetungswürdigen Gott, außer Allah allein. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Diener und Gesandter Allah ist. Und ich bezeuge, dass Isa Jesus nur der Diener und Gesandter Allah ist. Und ich bezeuge, dass Mohammed, Mohammed, Mohammed und Gesandter Allah ist. Und ich bezeuge, dass Mohammed, Mohammed und Gesandter Allah ist.